Die Kursverluste im Goldaktiensegment waren im Vergleich mit anderen Aktiensektoren und Börsenindizes, welche höhere zweistellige negative Performance ausweisen mussten, sehr moderat. Die Outperformance der Goldminenaktien gegenüber dem MSCI World Equity Index ist auf diesem Halbjahreschart für Sie klar ersichtlich. Der durchschnittliche Verkaufspreis von Gold lag im ersten Halbjahr mit 1.880 US-Dollar auf dem höchsten je erreichten Stand. Trotz dieses steigenden Goldpreises konnten die operativen Margen bei den Goldproduzenten leider nur bei wenigen Firmen ausgeweitet werden. Kosteninflation bleibt das Schlagwort. Die grössten Kostenblöcke, Energie und Löhne stiegen weiter an. Die All-in-Sustaining-Cash-Kosten für die Industrie sind im ersten Halbjahr durchschnittlich um 6% angestiegen. Zusätzlich haben Kostenüberschreitungen bei neuen Projekten zu teilweise grossen Kursverlusten in Edelmetallaktien geführt. Für die Finanzmärkte erwarten wir auch im zweiten Halbjahr viel Nervosität mit Kursturbulenzen. Die Notenbankpolitik wird die Performance der nächsten Monate prägen. Steigende Zinsen sind Gift für die Preise der meisten Assetklassen. Die hohe Inflation wird aber den Goldpreis weiter stützen. Wie Sie auf dem Halbjahres-Chart sehen, ist der fünfjährige US-Realzins berechnet mit der in fünf Jahren zu erwarteten Inflation von minus 1,37% auf 0,75% angestiegen. Wir erwarten, dass sich dieser im zweiten Semester stabilisiert und entspannen wird. Diese tieferen Realzinsen werden Ihre Goldaktienanlage positiv in Szene setzen. Der AMG-Fonds investiert hauptsächlich in liquide Aktien von Goldproduzenten mit hohem freiem Cashflow. Diese Strategie bleiben wir treu. Mit den Unternehmensergebnissen für das zweite Quartal werden wir sicher neue Erkenntnisse bekommen, wie die Firmen die Kostenseite im Griff haben. Das Portfolio ist gut und flexibel aufgestellt, um Anpassungen zeitnah fortnehmen zu können. Anlagen in Goldminen-Aktien werden Ihnen in einem globalen Aktienportfolio auch im zweiten Halbjahr einen positiven, realen, relativen Performance-Beitrag geben. Davon sind wir überzeugt. Halbjahr 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 Halbjahr